So, und da sind wir auch direkt wieder zurück. So, ich hab das mit diesem einen Nachtlevel, oder mit dem nächtlichen Zeug, der jetzt noch nicht hinbekommen. Das krieg ich vielleicht hoffentlich beim nächsten Mal. Hier da unten sehe ich schon lila Bananen. Okay. Blaue Bananen. So. Musik. Ein Didi. Erstmal abchecken hier. Blaue Bananen und Didi kommen hier oben drauf. Okay. Was haben wir da noch? Ein Dreh, also ein Tauscher. Dahinter ist ein Tor, was angebrochen ist. Hier haben wir rote Bananen, rote Münzen. Da ist ein Brunnen. Mit Inhalt oder ohne Inhalt? Ja. Okay, ein Surbrunnen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay, auch mit nichts drauf, okay. Da hinten, da haben wir noch eine Scheune. Mal abchecken, was wir halt als erstes machen. Ich frage, tiny... Ich hab auch keinen Reim darauf, wie man das oft macht. Ich will nicht tauchen. Tauch wieder auf. Oh, das war faszinierig. Okay, wir müssen einmal außen rum. Hier haben wir noch einen Wasserrad. Wo wir aber nichts finden und jetzt hoffentlich nicht rumlitschen. Da vorne kommen wir jetzt hoch. Da haben wir so eine Art Labyrinth. Da vorne ist der Typ, mit dem wir die Bananen bekommen. Und ein roter Ballon. Da haben wir die Fressis. Da haben wir wieder so einen Pilzkopf. Hier haben wir wieder was zum Tauschen. Ich bin eine Idiot. Wir töten jetzt noch mal alles. Die haben wir. Okay, jetzt brauchen wir die Markierung, sag ich mal. Ich komm ja nicht hoch. Der Daumen ist blau. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Didi an. Und zwar... Hier in diesem Haus. In dem Haus fangen wir mit... Oder fangen wir mit Lenky an? Oder mit Tiny? Nein. Nehmen wir alles mit Didi an. Das heißt, mit Didi rum und Sitz. Erstmal hier vorne die... Den Ballon. Oder wie ich in dem Fall... Das war ein kleines Musikstück. Das ist mal links drin. Ne, das war ja. So. Jetzt schauen wir viel haben wir denn. Das war 22. Das ist doch auf jeden Fall doch ne gute Hausnummer. Jetzt fällt er nur nach hinten. Ah. So. Und jetzt? Ah. Auch nur das Nachttor. Ich will noch die Bananen haben. Die haben wir schon mal geklappt. Okay. Dann gehen wir da oben hin. Oben aufs Dach. Da ist sogar die Eins. Da ist sogar die Eins. Da ist sogar eine Eins. Da ist schon hier rein. So, hat uns hier drinnen. Ein komisches Gefängnis. Tiny Münzen. Eine Banane. Ich habe keine Ahnung. Hier ist was blaues. Da ist was zu wechseln. Da müssen wir hier... Warte mal. Da haben wir Tiny Mini. Das können wir eigentlich erstens ablegen. Das heißt, wir gehen mit... Äh. Mit Lenken key holen wir uns erstmal die Münzen. Damit er die weg hat. So. Keine andere Aufgabe hast du mir, glaube ich, hier. Oder? Ich würde dich nicht tippen, dass du noch eine andere Aufgabe hast. Ne. Ne. Oder nicht. Okay. Dann nehmen wir jetzt Tiny. Ohne unsere Münzen. Irgendwie komisch eine Hebeception hier. Zack. Warte. Dann gehen wir in den Kleinen da rein. Um es zu erwähnen, was zu finden. Auf jeden Fall. Nein. Oh. Wo sind wir denn hier? Auf einer anderen Seite. Da kommen wir auch nur nachts rein. Okay. Es hat viel mit nachts noch zu tun. Da ist ein Fass. Jetzt A mit. Öffnen könnte, was aber nicht geöffnet werden will, anscheinend. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, Ausgang gibt es auch nicht. Warte mal, die Biene schwebt irgendwo da rum. Okay. Das heißt, ich könnte mich mal kurz ein bisschen umschauen hier oben noch. Ob hier noch irgendwas ist, was rumschwebt oder geöffnet werden kann. Ne. Das tut das nicht. Naja, ist gut. Okay. Das heißt, wir werden mit den, die da rausgehen. Da weitergehen. Und gucken, wie weit wir noch was alles machen können. Weil wir können diese einen Laufdinge nicht benutzen und wir können den Hebel nicht benutzen. umschalten können. Dass wir auf Nacht umschalten können. Weiß auch nicht warum. Aber jetzt erstmal mit auf dem Dach mit, mit ihmchen. Die Eins hatte ich aktiviert. Donkey Kong. Ja, da kann ich reingehen und Donkey Kongs machen. Ja, ist aktiviert. Gehen wir erstmal hier außen rum. Ich frage mich, was ich... Ach, ja, ist richtig. Könnte sich das aktivieren hier eigentlich, ne? Aber mit Lenky müssen wir ja auch hier anscheinend. Ja, ja, müssen wir ja eh hoch. Da sind ja doch. Ist das ein kleines Loch oder so? Schau mich aus, ne? Hallo. Geht doch. Und wie ist denn vorher mit Donkey Kong das einfach rumgekommen? Oh, ich kann keine... Nein. Okay, da muss ich kurz in die Eins und in die... Das ist ein bisschen komisch, warum ich das nicht benutzen kann? Also müsste ich das doch nutzen können. Ach ja, waren ja noch mal... Ach ja, uns waren ja noch Tinybananen im Seat vorne. Ich hab mich grad schon gewundert. Ich hatte doch irgendwo hier Bananen. hast du was für mich die helfe kann ich hier nicht machen weil wir irgendwas aufhält ich dir mal wie sich halt wie gesagt vermute ich bin in einem level vor so ein level vorgegangen ist auch kein unterschied jetzt macht aus davon dass ich jetzt so die helfe erledigen kann hier aber ich könnte schon mal alles einsam was er funktioniert dass wir gehen ein dann können wir jetzt eigentlich hier er kann ja auf jeden fall die blauen plattformen das weiß ich ja das sollte er weiß ja dass er die runden blauen plattformen nutzen kann ich glaube die auch das ist lenke ich idiot okay dann noch aber nur noch tiny und lenke nehmen wir lenke wo tiny nur schwimmen müsste ne schauen wir auf der uhr nehmen wir machen das jetzt hier noch in der folge ich glaube ich nehme jetzt erstmal lenke obwohl ich weiß noch nicht wie weit wir kommen aber ich mache hier einen kurzen cut sonst haben wir nachher zu ne lange folge dann muss ich es da schneiden das ist ein bisschen blöd deswegen mache ich einen kurzen cut und wir sehen uns in einer ruhigen neuen folge wieder bis gleich